Hallo, heute stelle ich Ihnen die Band- und Tellerschleifmaschine BTS 900 von Scheppach vor. Viel Spaß dabei! Da ich in der letzten Zeit so einiges aus Holz gebastelt habe, war die Anschaffung einer Bandschleifmaschine naheliegend. Bei meinen Recherchen zu dem Thema habe ich mich sehr schnell für das Modell BDS 900 von Scheppach entschieden, welches neben dem Schleifband auch einen Tellerschleiter besitzt. Im Lieferumfang befindet sich auch ein Schiebetisch mit einstellbarem Winkelanschlag und mit ihren 16,5 kg verfügt sie über ausreichend Masse, womit sich das Festschrauben sicher erübrigen sollte. Das Gehäuse ist aus solidem Gusseisen, daher auch das hohe Gewicht der Schleifmaschine. Die Masse ist für den ruhigen Lauf des geräuscharmen Induktionsmotors zuträglich und sorgt für einen angenehmen Betrieb. Im Lieferumfang befindet sich sowohl zusätzliches Schleifpapier mit 150 mm Durchmesser für den Schleifteller, als auch drei zusätzliche Schleifbänder, die eine Länge von 915 mm und eine Breite von 100 mm haben. Unter dem Video finden Sie wie immer Links zu der Schleifmaschine auf Amazon und natürlich auch zu dem Zubehör, wenn Sie möchten. Der Schleifteller und das Schleifband werden gleichzeitig mit konstanter Geschwindigkeit bewegt, was einen schnellen Wechsel zwischen den beiden Varianten ermöglicht. Die Befestigung der Schleifscheiben mittels Klettsystem ist sehr komfortabel. Zum Wechseln muss aus Sicherheitsgründen nur die untere Abdeckung mit zwei Schrauben ab- und wieder angeschraubt werden. Zum Anbringen des Schleiftisches ist nur eine Schraube erforderlich, da er oben durch eine feste Führung gehalten wird. An der rechten Gehäuse-Seite besitzt die Maschine eine Skala, womit der exakte Winkel für den Schleiftisch eingestellt werden kann. Auch der kleine Schiebeschlitten besitzt einen Winkelanschlag, an dem sich problemlos z.B. 45 Grad Winkel für Gehrungen einstellen lassen. Mit einem geeigneten Adapter lässt sich ein Staubsauger oder eine andere Absaugvorrichtung einfach an den 62 mm großen Stutzen anschließen. Der Queranschlag wird durch zwei Schrauben sicher gehalten und ermöglicht ein sehr genaues Arbeiten, ohne dass sich das Werkstück beim Schleifen verschieben kann. Durch das Lösen einer Schraube mit dem beiliegenden Imbusschlüssel kann das komplette Schleifband um 90 Grad gedreht werden, was je nach Werkstück sehr angenehm sein kann. Anstelle des Queranschlags kann in dieser Position auch der Schleiftisch montiert werden, was natürlich noch mehr Einsatzmöglichkeiten bietet. Der Austausch des Schleifbandes ist durch den Spannhebel auch keine große Sache. Nachdem dieser gelöst ist, muss nur noch die Schutzabdeckung an der unteren Seite gelöst und abgezogen werden. Schon lässt sich das Wand einfach von der Führungsrolle nach vorne zum Austauschen abziehen. Vor der praktischen Demonstration montiere ich jetzt wieder den Queranschlag und komme dann zum Testen der Lautstärke. Laut Datenblatt liegt diese bei einem Schalldruckpegel von 82 dB an. Aus nächster Nähe gemessen, messe ich mit meiner Apple Watch 85 dB A. Das ist zwar laut, aber durch den Einsatz von so viel Guseisen wird der Schall gut gedämpft, sodass das entstehende Geräusch erträglich ist. Nun aber zur praktischen Anwendung, in der ich Schleifmaschine zeigen kann, wozu sie gemacht ist und wie man sie zum Beispiel einsetzen kann. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Im ersten Test hat sich für mich gezeigt, dass sich die Anschaffung dieser Band- und Tellerschleifmaschine für viele Schleiffälle gelohnt hat. Und wer wie ich gerne bastelt oder Modelle baut, wird davon sicher nicht enttäuscht werden. Soweit meine Vorstellung der Scheppach BTS 900. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, freue ich mich wie immer über eine positive Bewertung und ein Abo. Ich verabschiede mich nun bis zum nächsten Mal, wenn wieder etwas unklar sein sollte.